Moin Leute, was geht? Wir sind heute in einem neuen Minecraft Special Video und wie ihr seht sind wir jetzt auch schon auf dem Server und wir haben ein Angebot bekommen und zwar vom Elias. Ich lese es kurz vor. Angebot an Robert. Eisenbrotplatte und Hose kriegst du und ich krieg von dir 10 Eisen. Okay? Von Elias. Ja, also das überlege ich mir noch, weil ihr wisst ja, wie ich es mit Eisenrüstung habe. Das ist bei mir immer so ein zwiegespaltenes Thema. Ja, wahrscheinlich aber nehme ich es an. Aber jetzt erst mal zu dem, was wir eventuell heute machen wollen. Ja, Leute, also ich bin jetzt hier gerade beim Schneiden des Videos und mir ist aufgefallen, dass ich sehr, sehr viel Videomaterial habe, weswegen wir leider zwei Parts machen müssen. Das Video kommt jetzt quasi wie geplant am Montag und der zweite Plan kommt dafür aber am Mittwoch als eigentliches Zwischenvideo. Verzweiten bitte, aber es ist leider so. Deswegen wünsche ich euch jetzt aber trotzdem noch viel Spaß mit dem ersten Part und ja, ist halt jetzt ein bisschen durcheinander. Lasst euch nicht allzu sehr stören. Viel Spaß. Da steht ganz oben auf der Liste natürlich erst mal, was haben wir so Neues gemacht ohne euch? Also Offscreen. Dann wollen wir heute auch nochmal Holz fahren, weil ich habe gemerkt, dass das Ganze knapp bei uns geworden ist. Dann ein bisschen nochmal die Base verschönern, verkleiden. Mal gucken, wie ich das mache. Dann bei der Base, also drüben bei der Base, die ihr auch schon kennt, hoffentlich, machen wir das quasi noch tiefer. Zeige ich euch dann, wie ich das mache und meine. Und ich zeige euch nochmal genauer die Base der anderen, weil die haben da jetzt auch nochmal ein kleines Update reingesteckt. Übrigens habe ich die Kiste von Louis jetzt mal hier rein verfrachtet und ich habe auch nochmal ein bisschen was dafür gefarmt. Ja, das wird auf jeden Fall auch noch gemacht, aber wahrscheinlich nicht in diesem Video. Dann das hier habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe jetzt halt nur noch die Rahmen dran gemacht und halt was reingemacht. Ansonsten habe ich jetzt hier auch alles schon aufgefüllt und gemacht und getan. Und nach hier, ich glaube, ihr wisst es schon, geht ja der Gang zu unserer Base. Das wollte ich heute auf jeden Fall auch noch machen. Wir haben jetzt hier auch einen automatischen Aufzug. Muss man aber nicht mehr schwimmen. Bei dem Video, was jetzt am Freitag kommt vom Elias, wird das wahrscheinlich noch nicht da sein, weil der hat vor mir schon das Video aufgenommen und ja, da war das noch nicht. Aber ich verkleide das jetzt hier auch noch ein bisschen und hier auch. Und wir gehen jetzt nämlich erstmal Holz farmen und let's go mit dem Side-Ruffer. Und wir gehen jetzt zum nächsten Mal. Und wir gehen jetzt zum nächsten Mal. So, und für alle, die sich gefragt haben, wie viel Holz man mit zwei Steinexten bekommen kann, also ungefähr zwei Stacks. Ah ja, hier unten ist auch noch einer. Also drei Stacks. Ja, aber ich denke mal, das reicht erstmal an Holz. Ja, das lagere ich jetzt erstmal ein. Ja, und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich habe mich hier natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Und als nächstes würde ich sagen, fangen wir an mit der Außenverkleidung, die wir dann erstmal hier machen. Achso, ganz kurz Leute, äh, doch noch nicht Zeitraffer. Und zwar, ähm, werdet ihr im nächsten Video von Melias sehen, dass er einen Gang zu sich baut. Das wird hier dann natürlich auch noch weitergemacht, weil er hat jetzt einfach durch unser Haus noch einen Gang gemacht. Und ja, das finde ich nicht so geil. Deswegen, da baue ich eben noch was. Aber das kommt dann erst im nächsten Video von mir. Okay, deswegen verkleiden wir jetzt hier erstmal nicht, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber den Rest. Und jetzt aber wirklich viel Spaß mit dem Zeitraffer. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, soweit sind wir jetzt erstmal gekommen mit unserem bisschen. Ähm, ja, hier hoch, hier hoch müssen wir natürlich auch noch was machen. Ähm, ja, und ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier das weggelassen, weil da kommt dann auch noch ein kleiner Gang, wo man dann einfach zum Melias kann. Habe ich euch ja schon erzählt. Ähm, wir gucken jetzt erstmal, wie weit das ganze Zeug gekommen ist. Dann sollte das erstmal soweit passen. Ich tue jetzt noch ein bisschen das Zeug hier weg. So, zurück nach dem Cut habe ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen was gemacht. Das wird natürlich nicht reichen. Ähm, deswegen verkleiden wir das jetzt erstmal soweit, wie es geht. Und wir sehen uns, wie immer, nach dem kleinen Zeitraffer. Bis gleich. 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 So, und jetzt können wir hier quasi auch wieder runter, haben dann hier alles fertig soweit und können jetzt anfangen, den ganzen Gang hier zu verkleiden. Los geht's! Leute, ich habe es ja noch gar nicht gesagt, Abo und Like und Glocke aktivieren, könnt ihr natürlich alles sehr, sehr gerne machen. Unterstützt uns und für euch ist das alles kostenlos. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal im Voraus und jetzt geht's weiter mit dem Zeitraffer. Ja, relativ kurzer Zeitraffer jetzt nochmal. Wir haben nämlich keine Steine mehr. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, also nach dem Cut jetzt habe ich mir überlegt, wir lassen das da unten jetzt einfach erstmal soweit so. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen weit gekommen und den Rest können wir auf jeden Fall irgendwann später machen, weil ich habe jetzt irgendwie keine Lust noch in diesem Video nochmal meinen zu gehen, weil, ja, ich denke mal eine Mining-Tour reicht erstmal für euch, ne? Ähm, aber wir haben ja auch noch mehr, was wir machen wollen bzw. können. Und zwar, so Leute, ich muss mich an der Stelle leider selber unterbrechen. Und zwar war es das hier mit dem ersten Part. Wir haben jetzt auch schon neun Minuten einhalb. Und ja, das reicht auch erstmal für das erste Video, kommt jetzt noch ein bisschen was. Aber euch wird am Mittwoch auf jeden Fall noch ein bisschen was an Content erwarten. Habt ihr auch schon am Anfang gesehen, wo ich so ein bisschen vorgestellt habe, was wir noch machen werden. Ja, aber ansonsten war es das jetzt mit Part 1 von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß euch noch und ciao, ciao bzw. dumme Momente und Outro. Tschüss. 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 Tschüss.